Du weißt flexen statt schätzen! Die Hühner sind jetzt ausgewachsen, aber darum wollte ich jetzt nicht sprechen. Ich wollte eigentlich damit sagen, dass ich sehr Schwierigkeiten habe, weil... Gemeinschaftszentrum. Ah nein, ich muss ja noch angeln! Das habe ich ja völlig vergessen! Das heißt, okay, ich muss jetzt wieder anfangen zu angeln. Jetzt rette ich nicht mehr die Mine. Ich bin jetzt gezwungen, etwas zu machen. Ah ja, ich gehe jetzt angeln! Das ist am Meer, ja am Meer. Ja! Alter! Leute! Ich habe den Kugelfisch! Okay, wir haben schon mal einer der schwierigsten Fische gefangen. Alter! Ich... Nein, das ist schwer, Mann. Ich habe gerade meine ganzen Münzen aufgegeben. Das ist schwer. Der Ding ist, ja, okay, alles leicht, zack, 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 ja. Nein, nichts, alles leicht, Mann. Oh, oh, Mann. Das war wirklich schwer, Mann. Ich bin gut, oder? Ja, Mann. Okay. So, wir müssen jetzt nicht mehr angeln, weil ich habe schon alle... Glaube ich mal. Ähm, ja, wir haben das schon fast komplett. Ah ja, okay. Das war gut heute. Ja, jetzt habe ich es. Wow, okay. Ey, das ist... Das ist cool, Mann. Ich werde jetzt alles angeln. Achso, Streicher, okay. Was ist das, denke? Ach, dieses Erdbebeln. Köderhersteller. Das ist neu. mani ich habe wieder mein ganzes geld auf den konto gebracht habe ich die eigentlich ich mache jetzt mal ja ich habe noch gesehen dass es ein ein aktus ein oktopus gibt aber ich glaube den kann ich nicht fangen mit meiner will weil der ist sein level wurde auf 95 gerichtet also diese schwierigkeit die man hat darum andere fische so ich war jetzt noch in der mine und habe noch okay ich habe ich noch vergessen das mit ja okay ich werde morgen nein ja doch eigentlich schon ich werde morgen diese gold makrele fangen und dann irgendwann diesen oktopus und dann werde ich ein bisschen in der mine arbeit so ich hab ich habe vergessen ich hab dir schon dieser angel gekauft ich hab glaube ich jetzt genug moos dafür oder wo ist es ja hier ja nein ja hier oh wow das kann ich machen oh wow cool da mache ich das gleich oh wow hier das kriegst du das kriegst du das kriegst du hier kriegst du ja 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 das ist alles Nee, brauche ich noch nicht. Ja, hallo. Alter. Hier? Nein. Oh, jetzt brauche ich noch irgendwas damit. Das könnte ich aus... Ja, okay, das ist leicht. Hm. Von mir hier? Ich kann ja einfach so machen. Nein. Nein, brauche ich auch nicht. Ja, ich weiß schon. Alter. Wieso ist hier überhaupt nichts? Das ist schade. Ah, nice, Mann. Oh, wow. Das weiß... Oh, Mann. Kinder. Fisch. Oh, was ist das? Oha. Okay. Ja, cool. Ich werde jetzt weiter angeln. Gott, hier ist gut. Oh, Mann, Alter. Wir haben noch einen Fisch. Oh, wow. Ich muss... Ich muss... Hm, okay. Diese Sona-Scheiße ist voll scheiße. Ich will die nicht benutzen. Oh, wow. Oh, wow. Naja, ähm... Oh, ich muss ja noch das... Oh, mein Geld ist wieder da. So, ich schließe das mal. Ich habe nicht mit den Zau... Hm... Wir sind uns einfach am nächsten... Oh. Warte, 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 warte. Es scheint eine Art von anormaler Lektüre zu geben. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Okay. So, wie ihr gesehen habt, morgen ist der spezielle Tag. Ey, das sieht so cool, Mann. Ey, wirklich, das sieht so cool, Mann. Alter, ihr müsst es einfach sehen. Das sieht so scheiße aus. Wieso sage ich die ganze Zeit, dass es gut ist? Das ist auch richtig scheiße. Naja, es ist jetzt... Ja. Ähm, was mache ich jetzt? Ich könnte... Ja, ich muss erst mal... Ja, natürlich fange ich keinen... Keinen Tumfisch. Das heißt, ich habe heute nur Scheiße gemacht. Wow. Danke. Ich werde jetzt noch ein paar Freime fällen auf meiner Farm. Nee, oder? Ich esse... Na... Ich gehe einfach sofort jetzt schlafen. Game of. Äh, neuer Tag. Und dann haben wir ein bisschen Freiraum. So. Gucken wir mal, wie das Regen ist. Ja. Wow. Ein grüner Regen hat sich über das Tal gelegt. Nein. Wow. Äh. So. Was ist es? Oh. 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 okay ich hab mit was ich hab mega viel gefahrt das hier das ist scheiße ich hab das das bringt mehr okay gut okay naja ja genau was das überhaupt war man was muss ich machen hört mich immer so komisch so okay ich habe jetzt noch ein bisschen geangelt habe meine achs verbessert und sonst habe ich nicht so viel gemacht ich muss wirklich für den octopus ein hohes level haben das ist viel geld ich werde erstmal sache machen so ich habe jetzt geangelt man sieht nicht die fische und ich gehe jetzt auch noch in die mine weil ich muss noch diese monsterquests machen ja okay wirklich das ist schlimm alter ich weiß nicht was ich machen sondern tierische produkte sind 20 prozent mehr wert das war richtig viel geld wieso vergesse ich immer ist so oh scheiße man hört mich nicht hallo leute bin wieder da ähm ich werde angeln Leute habt ihr das gehört ich gehe angeln wow angeln ja man richtig scheiße man ja man Leute ähm ich habe richtig reingeschissen ich habe sehr viele sachen vergessen dass ich meine achs verbessern wollte auf eisen aber nein aber nein natürlich habe ich es vergessen und vergessen und vergessen und vergessen und jetzt ist es schon 13 Uhr ja cool man so aber jetzt geht es nicht um meine axt sondern um den schönen Buchhändler so denn der Buchhändler ist wieder da warte ich will was machen oh man so mh mh hm äh ich glaube ich kaufe mir das hier oder ich kaufs mir hm nein 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 jo hä ich spüre nix oder nein oder das hm ich weiß nicht ob ich es spüre aber es ist ok oh man hört nicht ich habe mal wieder geangelt was ist das das da besondere ja man kriegt Geld so ist hier noch irgendwo hier nein ok doch hä ok dann habe ich die schon verkauft hallo uuuhh Geld wow 5000 huh hm 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 huh ok oh ah oh 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 vergessen was soll ich denn hm ich mache erst mal alles ich habe jetzt einfach diese indische glaswelt zu gefangen hm 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 oh nein ok ok ich habe es ich habe es wuhh hm 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 hallo hallo oh das heißt ich kann mit hallo oh das heißt ich kann mit meinem fleisch ist hm 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 eine unvergessliche suppe was ach du meine güte das ist die beste suppe die ich je hatte die ich je probiert habe sie haben recht sie schmeckt richtig lecker wundervolle arbeit alle alle miteinander wer will mal probieren ja der ist einfach immer noch am schlürfen der gewinner hat hat nicht übertrieben diese suppe ist nicht von dieser welt ok und somit beendet sich folge wir sehen uns in der nächsten folge ja ich habe fast den namen vergessen ja wenn du zum schul schauen zuschauen und vergesst nicht mich zu abonnieren und zu und das video zu liken und bis bald ja 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 ja